Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Das heißt, ich werde euch mal wieder auf dem Laufenden halten, was nicht nur um Hertha BSC passiert ist, sondern ich werde ganz genau nochmal auf ein Thema eingehen. Und zwar, was ist eigentlich mit dem Geld, welches Lars Winthorst an Hertha BSC überwiesen hat, passiert ist. Darauf werde ich heute eingehen. Doch bevor ich damit beginnen möchte, ich ganz kurz einmal wie immer sagen, abonniert ganz gerne den Kanal. Denn wie ihr hier seht, gibt es immer noch sehr, sehr viele Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert jetzt gerne den Kanal, aktiviert gerne die Glocke und ich würde sagen, fangen wir gar nicht so lange an und starten jetzt sofort rein. Ich muss erstmal ganz vorab, aber nochmal ganz kurz sagen, ich bin Laie in dem Thema. Das heißt, ich spreche nur aus einer Fansicht. Ich bin darin weder stark involviert, noch habe ich jetzt wahnsinnig starke Recherchen angestellt, um alle Gründe auszuarbeiten, wo das Geld von Lars Winthorst hin sein könnte. Ich spreche jetzt hier aus Fansicht, ich spreche meine Perspektive an und ich bin auch bereit, mit euch zu kommunizieren, was ihr denkt, was glaubt, ob Hertha einen Plan hat oder was mit dem Geld so passiert ist. So, ich würde sagen, starten wir aber mal rein mit dem heutigen Thema. Heute soll es nämlich darum gehen, wo das Geld von Lars Winthorst hin ist. Wir erinnern uns zurück. Lars Winthorst hat mit einer seiner Gesellschaften, ja Mitte August, eine weitere Rat an Hertha BSC überwiesen und hat damit dann nun sein Besetz von 367 Millionen Euro an Hertha BSC überwiesen und hat dafür zwei Dritte der eingerichteten Zweckgesellschaft Hertha BSC.co KGA verpflichtet und das zählt dadurch, dass es ja eine Zweckgesellschaft ist, die Hertha BSC nicht zur 50 plus 1 Regel, die KGGA gehört nicht zu dem Verein Hertha BSC nicht so an und deshalb ist das ausgeschlossen von der 50 plus 1 Regel. Nur falls das mal jemand weiß, warum Hertha BSC 50 plus 1, das ist genau das ist der Grund, warum das nicht zur 50 plus 1 gehört. Aber man könnte ja meinen, durch die Überweisung von den 374 Millionen Euro hätte Hertha BSC einen großen Schub erhalten. Und ja, da waren eindeutig Tendenzen erkennbar. Das erste Wintersfenster war im Winter 2020, also knapp vor Corona. Dort hat dann unter Trainer Jürgen Klinsmann Hertha BSC einige Transfers angetätigt und zwar, ich glaube, Kunja, Piontek und Azkassibar. Toussaint wurde verpflichtet für den Sommer und damit flogen insgesamt knapp 120 Millionen Euro raus für sämtliche Spieler und damit hat man ein Dritte des Wintersgeldes damit ausgeregt. Und Hertha BSC, sehr viel Aufsehen dafür, wurde beleidigt von allen Bundesligisten als Big City Club, da man ja vor allem nichts erreichen konnte. Man hing unter den eigenen Erwartungen, man hing unter den eigenen Wünschen. Und ja, ein halbes Jahr später, im ersten Corona-Sommer, durch Corona natürlich jede Menge Verbindlichkeiten, Schulden dazugekommen, darauf gehe ich aber alles gleich ein und leere Stadien. Cordoba, Schwodow, Zefug waren die Neuzugänge und Duda ging nach Köln und Hertha BSC gab 20 Millionen Euro im Netto aus. Das heißt, man hat Cordoba verpflichtet für 15 Millionen, Duda ist für 7 Millionen nach Köln gegangen. Man hat Zefug für 4 Millionen verpflichtet, hat dort jede Menge am Pleiß rumgeschwangen. Und ja, das soviel dazu. Und das neuliche Sommertransferfenster, dort schafft es sogar Hertha BSC mit einem Plus raus. Erinnern wir uns, Cordoba für 20 Millionen nach Krasnodal gewechselt. Cunha für 30 Millionen nach Atletico gewechselt. Ein wahrhaftiges Plus dafür, für Cordoba 5 Millionen Plus gemacht. Cunha rund 10 Millionen Euro Plus gemacht. Und man hat Bescheiden eingekauft. Suat Serdar mit 8 Millionen eingekauft. Richter mit 7 Millionen eingekauft. Und das sind die einzigen Ausgaben des großartigen Transfersommers. Sonst haben wir noch Echelenkamp für 3 Millionen gekauft. Und Mio Leida, Maulida, jetzt habe ich es, Maulida für 4 Millionen gekauft. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, ist die sportliche Perspektive nun besser jetzt für uns? Nachdem Lars Winters 374 Millionen Euro in den Verein investiert hat, haben wir Spieler geholt, die Hertha BSC tragen könnten. Und haben wir Spieler geholt, die ein Niveau haben, auf der Bundesliga für uns stark zu performen und die auch unseren Stilen und Anforderungen, die diese 364 Millionen Euro gesetzt haben, wirklich auch zahlen können. Und ganz einfach, nein, haben wir nicht. Cunha hätte durchaus die Qualitäten gehabt, uns langfristig zu unterstützen, uns langfristig eine Perspektive zu geben. Aber wir haben sie nicht umgesetzt bekommen, diese Perspektive. Und mit 364 Millionen Euro, die man dafür, beziehungsweise 74 Millionen Euro, hat man nicht genug Spielermaterial gekauft, meiner Meinung nach. Aber es war natürlich immer klar, 374 Millionen Euro, die fließen natürlich niemals nur in den Kader. Hertha hatte einige Verbindlichkeiten. Ich trage euch hier zum Beispiel mal einige Verbindlichkeiten vor. Und zwar bereits im 30. Juni 2019, so nach der ersten Windhorstranche, hatte man rund 90 Millionen Verbindlichkeiten. Und dann zum 30. Juni 2020, das heißt ein Jahr später, hatte man 140 Millionen Verbindlichkeiten. Das heißt, jede Menge Schulden, die man noch tilgen musste, die man noch begleichen musste. Und ja, Hertha hatte einige Verbindlichkeiten dazu kommen. Verluste aus den Corona-Monaten, leere Stadien, schaden den Fußballvereinen so dramatisch stark. Ich sage mal, Eintracht Frankfurt hat jetzt enorme Verluste zu büßen, weil sie täglich ein, beziehungsweise zu jedem Spiel ein ausverkauftes Stadion hatten und keinen Investor in der Hinterhalt hatten, der sie unterstützen könnte, über einen langen Zeitraum auch ohne Fans auszukommen. Das gleiche gilt natürlich auch für Dortmund, welcher auch enorme Verluste hinnehmen musste. Und das ist alles basiert auf den Corona-Maßnahmen, auf die leeren Stadien. Das war sehr stark. Dann natürlich auch nochmal 100 Millionen Euro für Einlasten, Altlasten, 100 Millionen Euro für Corona-Defizite. Und theoretisch bleiben da rund 170 Millionen Euro übrig für einen sportlichen Anschub, für sportliche Kaderinvestitionen. Ich, 100 Millionen Altlasten, das ist jetzt mal so ein bisschen, und 100 Millionen Corona-Defizite ist jetzt hier sehr über den Daumen gedrückt. Das ist jetzt nicht das, was der Realität entsprechen könnte, aber jetzt mal so nach meiner Rechnung. Und trotzdem hätte man ja dann 170 Millionen noch übrig für einen sportlichen Anschub. Und von diesen 170 Millionen haben wir schon 80 Millionen ausgegeben. auch schon die Einnahmen, Cunha, Cordoba habe ich schon mal dazugerechnet. Das heißt so knapp 90, ich sag mal so 80 Millionen Euro dürften da eigentlich auch zur Verfügung sein. Und was ist jetzt der Plan mit diesem Geld? Hält Hertha das im Reserve, um dann jetzt so zu tun, yo, wir haben ja kein Geld mehr, um dann im Winter richtig zuzuschlagen mit Bombentransfers? Oder fehlt einfach nochmal viel mehr Geld? Und ja, man muss es einfach... Das ist der Plan mit dem Geld. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020